Musik Guten Tag, können Sie mir bitte sagen, ob mein Bruder schon vorgegangen ist? Nein, Frau Leinbecker, die Herren sind nach oben. Wir haben mit den ausländischen Gastschülern Kursus bei Kriminalkommissar Roller. Hallo! Du hör mal, hast nichts zu essen mitgebracht? Wo bleiben die Bockhände umso lang? So was heißt für mich? Ein Moment! Ah! Voilà! Los, los Kinder, auf nach Brandenburg! Wenn wir jetzt heiraten werden, fahren wir jetzt nach. Guter Piers. Ja gut, gut. Aber jetzt nichts vom Heiraten. Mach das denn weiter vom Zimmer bis zu der Letzte. Ja, ist doch gewerb, ne? Ja, ist doch gewerb, ne? Guter Piers. Ja, ist doch gewerb, ne? Jeglicher Komfort, erster Stock. So. Das hängen wir ans Haustor. Hei, bis schön. Auf diese schöne Annonce hat sich niemand gemeldet. Na hör dir das an. Glaubst du, dass jemand das Zimmer mietet bei dem Lärm? Verzeihung, ist hier das Zimmer zu vermieten? Ja, ja, bitte schön. Bitte schön. Danke schön. Ja, das hier ist die Diele. Ist ein bisschen schmal, aber das macht ja nichts. Sie sind ja nicht sehr dick, ne? Bitte schön. Das ist das Fürstenzimmer. Ach so, das ist mein Bräutigam Lajosch, mein Bruder Klaus. Das, das ist niemand. Das ist der neue Mieter. Na, ich weiß noch nicht. Ach, gefällt es Ihnen nicht? Ist doch ein prachtvolles Zimmer. Groß, hell, im Sommer hübsch warm, im Winter hübsch kalt. Ja, ja, aber was ist denn das für ein Geräusch da hinten? Geräusche? Ich höre nichts. Ach, das stört fast gar nicht. Das ist nur die Diamantschleiferei von... Nur nicht von Tagen zu anderen bereit. So kann's nicht weitergehen. Anderen kämpfen nicht schön. Schau, wo die anderen schon sind. Immer musst du der Letzte sein. Nun mach schon. Immer mit der Ruhe. Nur immer mit der Ruhe. Ja. 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 Na, ja. Untertitelung des ZDF, 2020